ja wir bleiben bei was hat mir gebannt kata lilia wukong genau aber aber mach mal wukong und dann lilia dann sind die verwirrt ich glaube ich ziehe jetzt nicht mehr den niederleben leider ist ja schade oh scheiße sie sind wirklich am strugger gerade ja also das hat halt alles verändert also ja wir können hika picken also niederleben ich weiß nicht das muss halt troll sein so weil der enemy jungler war in meinem stream und ich habe niederlege practice und ich habe halt wirklich jedes game runter gerannt ich weiß nicht gefährlich einfach zu gefährlich wenn die jetzt ohren gehen dann counter ich den mit maokai oder mit sein jetzt wird er wieder die akali als nächstes wo wird sie nur hingehen das wäre echt nervig jetzt muss ich wieder tf spielen dann seht haben sie auch gepickt die rotation war akali seht ja ich glaube ehrlich gesagt dass der support auch gar nicht so viel verschiedenes zeug spielt exakt der miste aber ist echt krass also kann man ruhig noch mal picken nee lass ich möchte counter weil ich nicht weiß wenn die samira jetzt gehen habe ich schon keine habe ich nicht so viel bock drauf samirase ja wir können ja und wieso spielen wir nicht samira leona einfach rein weil ich mir nicht spielen kann ok go leona on ja ja leona ist komplett feind von mir ja ich kann die trotzdem samira picken aber ist egal leona on aber ich leona on ist glaube ich zu gut wir haben damit so viel cc dass die samira eigentlich mal gehen und dann twisted ben glaube ich ja ich sag sie gehen samira dann haben wir silas noch offen ja aber das matchup ist nicht so gut wollen wir wollen also da ich vielleicht wir gucken mal vielleicht kassio oder diana oder sowas und diana könnte ich auch jungle im notfall echt weil es ist nicht mehr gut im jungle aber ich könnte sie ja trotzdem jonglen oh wieder kill ich weiß nicht spielt der mitleiner auch kill von denen ich glaube nicht wer ist denn der mitleiner fukern 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 der fukern hat einen ganz wilden champion pool also die sind auch sortiert soll ich samira bannen oder wollt ihr was wollt ihr noch ich würde sie schon weg hauen oder schon ne warte noch ich würde die samira auch den geben ist ja bisher super schlecht gegen 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 uns ja das stimmt mitleiner wenn wenn ihr wollt akali akali bannen ja samira ist ein sang gegen orn ja sonst spielt er noch joni in der mittel spielt akali und joni macht er was gegen unser team ich wollte also samira counted ornull dann lass samira bannen oh ja stimmt da hätte ich gar nicht dran genau die haben halt senna nicht gebannen das heißt die werden wahrscheinlich senna gehen hier first pick ja lass samira offen bitte leblanc echo oder so ein shit spielt sowas ecco spielder weil er raus könnten auch spiel sie lasse ich jetzt nicht ja aber sie dass wir inszenen gegen uns noch spieler tatsächlich schon ich glaube der hat da ein zwei games in der history gehabt der weiß dass wir ordnen leona hikarin aber blind und dass du den relativ gut bleiben kannst wir können auch selber selber spielen wenn ihr wollt im kelo ist ziemlich brutal dann hätten wir keil hikarin kalista kalista naja ähm asio oder ne spiel ich nicht ich würd senna gehen einfach senna ist pretty gut wohnen mal senna silas spielen oder wollen wir ein bisschen mehr damit schmitte dann haben sowas wie kassio da sehe hier boah kassio würde ich kassio wäre auch ein sang ich glaube kassio sieht sehr sehr gut aus ohja 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 ich spiel halt ori aber ich glaub das ist ok gib mir kassio oh unser teamkopf ist wieder so geil holy shit wie sieht denn die matchups aus was top lane ist wieder winning für die bot lane ist auch winning für die oder und mitte kann der jetzt auch winning matchup picken ja bot lane ist diesmal echt nicht so gut weil wir diesmal nicht den dps haben den set zu töten wenn er reingeläuft aber ich glaub wir sind jetzt auch nicht wirklich losing oder doch ok wir sind doch losing schade das fürchte ich nämlich auch naja gut wir haben gerade eben auch ein bisschen schwieriger und dann ist der set 06 gegangen wir haben triple losing lane gepickt da jetzt also ich glaub der draft insgesamt der kommt dann zusammen ja bei evenly wenn wir jetzt evenly skilled gegner hätten dann würden wir so nicht draften aber so ich glaube wir können einfach so draften weil wir uns mitgeben kommen for free ja eigentlich kannst du da covern letzte team hat uns dann nämlich von hier entwäldet drastellen habe ich so gesehen blindschleiche aus wir kriegen hier level 2 ich geh back und hol super ok aber wenn das ein bait ist ne das wären sie wie sind das mit der hier also aber ich glaube ich schaff das in time ich üb schon mal meine zweitkarriere ich geh gleich level 2 freddie ne burger flücken ich tanze hier nur noch ein bisschen ja muss auch sein so viel zeit muss sein du freddie könnte ich hier gleich ne watch dann botlen was los ne ich wollte ne bradwurst verkaufen aber du wirst weg ah das wär schön gewesen ja tanzt du carney ich bin sicher ne ja ich kann ich trau mich nicht wenn da stehen der set dann kassier ich wolltest du den level 2 in bait wieder abdecken ja 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 reicht das wort da so ne 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 absolut nicht ne ins dragon pit oder gutes gespräch jungs gutes gespräch ich werd die ins pit setzen ich danke dir oh der freeze diesmal oh die kalista spielt mit cleanse ok das seh ich jetzt erst level 1 auch trappen theoretisch ne lauft du mal rein ruhig in den busch ok auch in den ersten ok also er hat wieder bot set gestartet äh boten hat nicht wirklich von den geliecht die waren eigentlich instant da ich brauch kein leash griffes mach ich mich nicht täuschen i mean ja maybe startet der auch einfach so gerade kann was sein eben hat der bot set gestartet aber gerade eben ja aber gerade eben haben die auch geliecht die sagtlos die haben sie nicht geliecht mhm ja ist fair point ja hat top set gestartet ist hat torn dann heißt er wird sich runter junglen jetzt oh oh fuck ich werd die bot crap nicht contesten gehen sondern für top crap spielen äh ich hab slowpush also du hast prio ja aber ich würd nicht gern move ne sonst misse ich ja ich würd da auch nicht gern fighten also das passt er wird auch sehr ungenfalten haha ok die können jetzt natürlich auch mein rep buff invaden kommen äh in der theorie ja 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 ich hoffe es einfach nicht ja die sind immer noch weg die könnten echt bei dir sein äh auch mit land aufpassen ne nicht dass sich der set anfällt ok karl ist das hier aber set ist immer noch in nana ok beide wieder hier beide hier ich geh für top crap braves wird bot set sein oh oh schade so ich geh mal für den deep ward ok braves aller wahrscheinlichkeit bot seit ne die jungs sind absolut omega lost die haben die länder nicht gespielt holt die bogen würdest du sagen die können die matchups nicht ja der könnte hier drin sein ne der graves ne glaub ich nicht dann wär das jetzt schon in meinem gesicht aber ja er könnte ich geh hier für ich geh da nicht weiter ne graves bot graves bot sein ne er war hier aber wir kriegen ne freecam wenn ihr nicht sterbt ja ich werd hier mal für den ward gehen ich werd auch noch enemy raptors nehmen ich krieg mitte grad auch komplett free scale im gegensimmer das ja grace ist wahrscheinlich weiß ich weiß so viele spawns gar nicht ab ne ja die wissen dass du topseite bist die hovert die ganze set extrem hart ja rücki wie viel damage hast du denn können wir den set so töten wie er da steht schocki ja aber wir finden es raus raste bot sinder kann auch move sinder kann auch move sinder kann auch move kippt in meinen ach gut ich hätte nicht wieder hier flaschen sollen dammit das ist okay ich bin jetzt wieder äh der graves ist richtung river hochgelaufen von bottom weg ich kann eventuell gleich für den topgang gucken ja das sind frees also die ist auf jeden fall schon gut am arsch ja grace wird auch bot set sein hat sie gewartet ich glaube sie kann nur ein watt im try haben to be honest also weiß ich nicht ganz genau ich bin kinda low ja da hat sie keinen watt mitte von denen muss cpn ist aber sehr sehr spielstärker ich krieg die ich krieg die ich muss backen hier ja ich gehe davon aus dass wir das ganze game per prozeit spielen werden und dann auch early für den drake gehen karni wie oft schreibst du bewerbungen bitte was wie oft schreibst du bewerbungen so overall äh überhaupt nicht das letzte mal für mein studium vor jahren ok ich glaube smgdonalds nimmt eine first time bewerbung an ok was ist passiert kannst du mir das klären karni was willst du grad vor da tu die wave durch übrigens man der ist sofort gefreezed und jetzt wird's das verändern können grace ja wait one es ist nicht schlimm ich leg bei meckles ein gutes wort für dich ein die kenn dich schon oder ja panna arbeitet auch da ja was ist denn hier das für eine haste ja vor allem so out of nowhere so eine minute still und dann fängt er mit bewerbungen an es ist halt mega wichtig also ist in der land obviously terrible für uns ne aber ja das weiß ich auch aber dann pusht sie halt ganz rein oder rede mit mir dass du sie nicht ganz rein pusht er hat einfach getestet weißt du ja ich wollte dich mal ein bisschen testen weißt du ich komm top rein kann er den burger umdrehen wenns muss warte 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 ok brücke ich nochmal ich hab grad keine eh 5 sekunden ich komm jetzt von hinten angedüst mitte kein flash mitte kein flash mitte kein flash wenn der nach 20 minuten sein erstes pink ward kauft finde ich auch ein bissel dreist ey ok ok das geht der erste mal los ne ja besser als die pink ward hier zu setzen ne ja weil hier ein ward da auch 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 jetzt schießt karma auch noch runter sehr gut karma hat gefällt mir oh shit 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 sinna kommt sinna kommt bis raus wenn der krüppel von der oberen linie meint der muss ja auch ok leute ok bitte ich glaub da wird er sich freuen wahrscheinlich ne oh grace war top sell grace war top sell ähm botline fehlt grade botline fehlt grade kalissa ist alle 6 sie können mich mit da abholen dann schreit aber die hat nicht geultet ne machen die nicht und ich weiß nicht warum nein der hat nicht geultet panda hat mich gewarnt hat er ja oh hm ich weiß nicht wieso aus der pausenkabine raus bei mcdonalds kommst du da raus anja ich werde flaschen einfach ich bin auch da auf jeden fall ich hab keine ulti hat ulti ich glaub wir verlieren actually naja ich hau ich nicht fänden halt hier irgendwo drin sein ja sindra mittel ohne flash low light sag mal wird's nur in den raum jetzt die kommen da zum herald ja die kommen zu mir hier ne die wollen im herald spielen ich glaub das können wir aber jetzt sind die jetzt wirklich low ok ne machen ja so ja wurde schon wieder eingelogen sind auf herald grad drauf ne die sind drauf next trade is ours ja wurdest du ignited nein der hat mich versucht zu ulten hat mich getroffen also beziehungsweise zu flashen war er gesagt dann hör ich jetzt auf zu spielen ja das sollten wir jetzt gewinnen ich kann nicht kommen ne ich weiß nicht wer ist da drin ohne flash ich kann nicht kommen ich kann nicht kommen ich kann nicht kommen ich kann nicht kommen ich hab kale hier jetzt kann ich kommen raus 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 die hat keine ulti sind drauf ja ich bin fein mach den herald weiter nach der wave bin ich sick grave ist 1 hp der kann da nicht ja grave ist wirklich 1 hp ich sag auch gegen wenn die schon mal ihre lane gespielt hätten kann ich das natürlich nicht spielen ne aber die sind extrem unerfahren kein flash kein ult hat der grace wahrscheinlich auf golem ich brauch 2 minins dann bin ich sick ja kann ich dir glaub ich nicht geben haben dich gespottet mein kerr dammit jetzt ist mein flash wieder ab und ich brauche 1 minin auf 6 das ist so fucking unlucky was haben die für sums bot alles nur ignites raus ähm könnte hinter tp'n aber du hättest nicht ehen dürfen by the way ich renne grad actually also die wave ist terrible ich muss die erstmal fixen naja ist doch nicht schlimm du hättest nicht ehen dürfen kann ich aber besser ne ja stimmt dann kann ich zurückjumpen ja das recht ja also sorry aber gegen zimmer ich kann leider nicht so leicht durch die durchmoven ne das heißt entweder wir müssen durchmitte irgendwo anders hinspielen oder ja das ist aber our bad auf jeden fall also wir sind übrigens fein wort ne die haben jetzt zwar zwei kills aber ich bin eben zuerst in dem matchup really good ja ja ich bin auch super stark auf jeden fall oh hier oh 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 wollen wir komm mal das hat mich abgeholt 27 sekunden auf drake wollen wir den drake schon fighten oder wollen wir den noch abgeben können wir ja ja glaube ich auch der mit laner hat auch noch keinen tp wenn ich mich nicht täusche sollte er zumindest nicht haben top laner haben beide tp ab komm direkt rüber lass den einfach direkt machen und dann ja wir müssen das mit dir botlane noch besprechen ja die werden jetzt eh gleich wieder versuchen down and go zu machen ja ich kann hier mitgucken das ist gerade angefangen gerade angefangen ich hab grad eine wave hier drin ich hab grad eine wave hier drin ich hab grad miss ja 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 ich hatte keine mit ignite stirbt sie da einfach ja 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 jetzt wo brücke weg ist können wir die killen glaube ich ich habe jetzt auch stopwatch ja wollen wir ja ich komme ah ne hat die tp ab oh mein Gott ne ich glaube nicht die kalister hat keinen tp ab du meinst eben beide haben tp ab die tp ab ich tp auch aber mal vernehmen oder eigentlich die hat keinen keine ah ne moment boah ich bin halt so low ja also die kalister hat keinen okay ja gut aber wir kriegen top in oder ja wir haben 3 plates bekommen ja also plates haben wir bekommen ja wir haben 3 plates bekommen ja also plates haben wir bekommen und wir haben wirklich wave defender das ist auch was wert hm die hat tp advantage jetzt hat kann die überhaupt die qualifikation um äh bei mcd zu arbeiten ja die sind zuviert unten und ich weiß nicht genau warum ja die werden hamilton die werden hamilton unter den tp nehmen ja was willst du denn jetzt eigentlich von mir freddy ich wollte nur nachfragen nach dem e wie es da aussieht ah ne ich komme direkt hoch oh oh kein ult kein ult ah die hat vision jetzt zu gehen jetzt die genauigkeit das kann ja bei nem burgerflip nicht passieren ne es ja die driven uns hier set ist hier ihr könnt raus einfach unten ne ja einfach abgeben ne ich bin extrem stark ja auch same ja auch ich nicht ja klasse was wieso du nicht äh set kommt mitte ne ja wir haben strong side top gespielt was das jetzt ja so set kommt mitte hallo ne was wo ist ne ist hinter dir hinter dir hinter dir bin auch on the way ich bin auch da aber ich will nicht fighten ich hab super viel cash grace ist bei mir ja die wollen fighten ne ja ich bin auch da und könnt ihr ja auch tippe advantage geld kommt geld kommt bei sitzen von oben hier könnt ihr sein also wir müssen nicht mit der ulti direkt kommenten meister ja ja glaube ich jetzt können wir hier was machen ja wenn wir ich sehe da eigentlich was aber prüge ist halt auch nicht da ja weiße weiße ja ok 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 ich hab gemisst bisschen ok ich muss raus ne oder so low alle ne gerade naja einen haben wir gekriegt die sind alle turbo low die kalista hat keinen clash ok 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 CEO of mcdonalds ich glaube die kaine hier hörst du 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 hörst wie sieht es aus da sehe ich aber schlechte chancen für dich du da hat irgendjemand geflaght ich brauche nächste woche einen tag urlaub meine frau kriegt drillinge und ich kann die Familie eh schon kaum ernähren what nein alles klar alles klar ich weiß nicht warum ich das hier mache guys aber ich bin auf jeden fall am start ich kann ich kann was mit der wave fertig haben ein echter CEO one we want die holy shit du hast alles getankt oh mein gott der anfang war der anfang war trotzdem stark der anfang war stark das stimmt push die noch ne wave oh ich guck für actually ich hab keine ult ah das machen wir trotzdem ah nee guck mal kale sonst und dann wollte ich zu viel die haben mich hier gespottet a dragon 30 ja wir sollten wir könnten mit dem bilge wählen und dann ich würde auch grad sagen aber wäre ich kann ja nicht gleich spielen ja ja hm Phil ne ich hab ja gesehen dass du den blue dir getagst hast ne äh bitte ne das war enemy blue unser war schon weg die sind halt schon hier ne die fangen den instant an ich möchte mal erwähnen ich bin ja durchaus cassiopeia ne i'm on my way aber wird noch dauern grae ist es bei mir dann warte noch kurz bis ich da bin können wir nein fünf sekunden nein bitte nicht hm hm Nicht übrigens. Nein, ist okay. Können wir? Nein. Abfahrt. So, ich bin jetzt da. Da ist ein World. Ähm. Ist schon ein ziemliches Biest, ne? Alter, ich hab alles getroffen. Und das O-Nah im Gelenk. Ich komm mit der O-Nah. Damn it. Jaja, die daimen wir, die daimen wir. Ich tank, du tankst nicht, ich tanke, ich tanke. Ich geh unten rum. Ich kann auch tanken. Warte, dann gehen die einfach auf Karni, ne? Ja, ja, ja. Ja, okay. Okay. Sehr schön, Jungs. Oh, shit. Nice one. Voll nett, Karni. Äh, come on. Super nice. Schön nach Feind, Leute. Break haben wir auch. Alles super. Wir könnten einfach so eine eigene McDonalds-Filiale aufmachen. Da wäre ich dabei. So alle... Haben die Franchising als System? Jaja, haben sie, klar. Ach so, Franchising. Das wäre weg für uns. Wo machen wir denn auf? Wir brauchen einen guten Standort. Ich glaube, München ist relativ gut. Da wäre bei mir um die Ecke. Das ist zu teuer. Ich glaube, wir haben zwei Spieler in Bremen, ne? Haben wir zwei Spieler in Bremen? Ja. Ja, aber was ist grün und stinkt nach Fisch? Ich habe mal gehört, dieses Franchising-Zeug soll ziemlich scam sein. Echt? Ich weiß es nicht. Alles gut, ruhig, ne? Alles gut. Alles gut. Und jetzt weißt du in den zweiten, die leidigen wir uns und euch durch. Das ist wundervoll. Die sind auf... Harold, die kommen jetzt mit. Mit 5 Mann. Die Mitte kann ich leider nicht helfen. Ja, ja. Subway, guys, Subway. aber eigentlich ist es auch free aber wir könnten ja beide hinter tp'n ne auf dem hast du bock ich weiß die jetzt hier ne wollen wir hier was machen ja ja zugriff 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 ja ich bin ich bin auch da ja ich bin ich bin auch da ich habe leider keine mobil so steht da also ich kann da nicht rein ich war da mal bis kann ich mal abkriegt das sind noch 56 sekunden bruder nein ich meine ihre öl ich kiel die einfach solo ja bin dabei also hier waren glaube ich zwei pink leute ist brücke ist ja leute ja vorsichtig kommen die kommt runter die kellner achtung leute die keller nur oder ja jetzt bin ich gespannt ich glaube macht mehr der mensch der vortritt aber nicht sicher ich bin auch im pink dann mache ich hier habe ich das schon gesehen aber naja das ist natürlich wieder ein großes malheur da sie musste dann leider nehmen der kann einfach so freigeben da rumsteht der aber ich gebord und dann könnt ihr vielleicht ein bremer nash machen ja ja zu zweit im abfahrt mit dem no way aber nicht jetzt passt auf kassio lass mal hier rein stellen ich glaube nicht dass ihr den schafft ja aber was denn mit mitte jungen ja ja einfach mit rein scheppern okay ich glaube die scheppern weg ich glaube das ist ja einfach jetzt kassio zungen barren ja ja stimmt haben wir kein cp mann fähig ist alle hier bei uns drin vier waren glaube ich ja 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 ich glaube bloß wichtig damit ist kannst du und die gehen sowieso für drake gleich maybe ja brücke lassen aufpassen ich meine wer filialleiter jetzt soll ich mich hier extra catchen ja ja extra catchen push die mitte richtig aggressiv an ja ich dachte das ist ja die wissen das jetzt die wissen das jetzt ja immer noch drei manier ja und die anderen zwei sind mit lehnen das ist jetzt immer noch die sind gehen das ist das prima spezial du hast das dann ja weil wir wollen wir noch extra break machen die waren erst unten noch oder ja jetzt nimmer den drake auch noch ich glaube ich habe aber nicht zu mich knapp trotzdem und einfach mal die sind ja ich bin da was macht die die hatte natürlichen an die frage ist was machen wir ich bin ja ich bin tankings kommt die flanke noch die sind rass verdammt schnell aber ich auch du solltest dem jungen mal blubufs geben dann muss er nicht deswegen also aber wie soll man das nicht immer du musst nicht immer reingehen jung ich glaube kann ich war glücklich dass er mal eine e getroffen hat ja ich eigentlich auch wenn ich mal wir haben den mensch jetzt müssen wir den auch nutzen wo stopp aus dann kommen wird er ziehen mit rein wir können die ordentliche als engage oder zoning tool verwenden ich muss ganz kurz ich muss mal basen sogar für rapid fire ist nicht und richtig super das war aber dann habt da man am ohne uns und rapid fire sender am start die wollte aber schon gaben sehr hübsch ich bin hinter dir kann jetzt ein item upgraden aber er darf so weit vorgehen du darfst du darfst auch salz leppen was ich nicht was ich kriege die anderen teams gegen die wir spielen die try haben hier um ihr e-sports leben ja und ich habe ein e-w und dann ist die wave weg aber doch noch gar nicht da ja das stimmt weil sie die kollapsen mit land ich die prima hier drauf er kann mir helfen ja 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 doch doch ist drin das sind wort stellen ich habe falls es hier kein net kannst du ein wort stellen brücke nee dachte können wir noch ne wir können die finish äh finden auch maybe äh graves ist geflasht noch oder bot lane oder einfach gar nichts ne gar nichts mehr die sind alle wieder ab und haben tps ich nehme die und dann kriegt brücke mehr sehen oder nicht ja richtige pfeife jetzt hier ich finde wir können brücke immer auf sender packen dann habe ich auch mal camps über ja ok schade ja doch ich glaube brücke senders ist auch sein bester champion wenn ich nicht höre ja eine sekunde für und das war ganz schön in na ja wir haben ja Zeit aber wir sind 2 2 in drachen eine minute drake für den sollten wir schauen dass wir dass wir den hops nehmen hier kael ist erst level 12 zum glück ja ja wir haben tatsächlich relativ viel zeit aber aber sollten uns nicht so wait warum ist sie denn ok gerade ist die 13 ja die kallister kann die fights halt null spielen gegen mich wenn die keiner deft und hm wenn ich den kappadons gehen ne wenn ich den on-item kriege das dauert halt noch ewig ah true yumus ist auch eins ne aber yumus ist auch so kacke boah yumus ist kacke yumus ist kacke ja von den 13 ist glaube ich kacke ja das yumus ist nicht so schlecht yumus gibt mit das am wenigsten gold ja ja ich glaube auch von den gold value her ne ne ich baue euch das yumus aus kann ich hier mal rein fägt ja mich ja ok ja ich weiß ich hab sowieso keinen choice außer wird das hier ein dance ein infield yet ne oder was denn bei mir ne ne das wird äh dieses edge of night genau äh die sohnen mich hier noch wann machen wir denn jetzt hier genau also ich kann hier sohnen oh hier können wir doch lol lol ah ich kann nicht mehr holen ja ich bin mittendrin seh nix poison hopp ne go penta go penta go penta drei sekunden ne da kommen wir nimmer hin oder go finish go finish ne ja ok kami jetzt eine e was anderes ja wie soll ich denn da je noch rinkommen jetzt hab ich wieder flash ich hab wieder flash ich hab wieder flash das ist schlecht für uns ah die krieg ich noch mit jungle camp ist fair komplett stark bitte fahren nein death sense behältest du das upgrade zumindest hier nicht der beste da freirekt ja das stimmt gibt das leben auch ja ich glaube ja 100 glaube ich gibt alles ja wir finischen einfach auch noch klasse ah dafür müssen wir auch den nächstes angreifen oioioioioioi ich hab in 7 sekunden wieder ulti aber gibt es nicht so viele du magst hab ich ja gesehen der junge bieter ich lieb immer tags ey